Ich bin Lissa Clearwater, die Direktorin dieser Schule. Und du bist also Jay. Ich passe nirgends hin. Das wird an dieser Schule nicht anders sein. Das hier ist keine gewöhnliche Schule. Kennt deine Pflegefamilie? Dein Geheimnis? Woher? Wir alle hier Zertwandler. Brutwalker sind selten, aber es gibt sie. Ich bin Holly. Ich bin Brandon. Die Menschen dürfen nichts über uns erfahren. Bei uns wirst du lernen, in beiden Welten zu leben. Nein, nicht schon wieder. Du hast Kraft. Du bist schnell. Also, was für ein Tier bist du? Ich bin ein Puma. Bei uns werdet ihr lernen, euch zu wandeln, zu verteidigen und eure Impulse zu kontrollieren. Wir sind alle sehr gespannt, die Erstpuma zu sehen. Andrew Milling ist ein Puma-Wandler wie du. Du bist auch Katze. Besser als noch Hund. Deine Pflanzenfresser, die sind super nett. Aber die sind nicht das, was du brauchst. Vielleicht solltest du dich entscheiden, wer du bist und wo du ihm gehörst. Ich gehöre zu meinen Freunden. Wie ist dein Name? Wie ist dein richtiger Name? Mein Name ist Karak. Was war mit dir in ein Zimmer? Die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Kaninchen.